habe mal eine frage wo ich stetig darüber nachdenke wenn man jetzt so über den boden mit filtert sozusagen ist es dann nicht schwierig zu einigen mit mullmglocke zerstört man nicht ständig die biologie also warum überhaupt warum glaubst du dass man die biologie damit zerstören könnte man zerstören würdest du die wenn du jetzt damit zum beispiel mit geklortem wasser dran gehen würde ist ja oder mit kupfer ja oder mit irgendwelchen anderen harten medikamenten zum beispiel ja damit würdest du tatsächlich die biologie stören aber alleine mit der mullmglocke kannst du egal wie stark du da absolut überhaupt keinen schaden mit anstand bestellen ja das einzige was passieren könnte dass aufgrund der reibung der verschiedenen sand oder kieskörner quasi sich teile des biofilms ablösen ja was aber letztendlich nicht so dramatisch ist weil letztendlich ist es auch ganz gut wenn 100 wieder mal biofilme erneuert werden ja also wenn quasi alte biofilme ab rasiert werden ja das nennt man tatsächlich so und dann quasi dass ich neue biofilme entwickeln können ja also das schadet überhaupt nicht also mein gedanke war wenn ich mit dem reinigen immer viele bakterien absaugen mit dem wasserwechsel wie lange braucht es bis sich das wieder eingebaut ein pendelt weißt du was ich meine biofilme entstehen permanent neu eigentlich entstehen fast immer in jedem system ein paar überschüssige biofilme ja also entstehen eigentlich mehr biofilme als theoretisch eine abbaumenge her notwendig wäre ja und entsprechend ist das überhaupt nicht schlimm wenn teil dieser dieser biofilme abgesaugt wird das macht gar nichts ja die entstehen einfach schnell genug wieder nach ja also da brauchst du dir keine gedanken machen david kann ich dies mit sand mischen in einem diffusionsbecken um geld zu sparen habe noch massig kies und werde demnächst ein 500 liter becken aufbauen oder es sollte es durchweg feiner sand sein du kannst es selbstverständlich auch mischen ja natürlich du wirst aber natürlich dann irgendwann wirst du eine starke endmischung wieder feststellen das heißt durch entweder durch post durch turmdeckel schnecken oder panzerwälse oder teilweise sogar garnelen ist es so dass also irgendwann der kies der grobe kies oben liegt und der sand unten liegt deswegen ist natürlich frage ob man das überhaupt erst dann großartig mischt wichtig ist dass der sand dann unten ist ja weil im sand hauptsächlich die reduktiven prozesse stattfinden im kies eher weniger dafür wird dir aber wirst du wahrscheinlich öfter dann auch mal den kies oben wollen müssen ja also mit der munge dran müssen um damit er eben nicht verschlampt und dann unkontrollierte fäulnisprozesse auftreten aber wie gesagt prinzipiell möglich danke für die ausführliche antwort nun stellt sich mir aber die frage ob die wurzeln der pflanzen nicht in extrem feinem sand absterben ja warum sollten sie das denn in der natur leben pflanzen eigentlich ausschließlich in feinem sand ja teilweise sogar in schluff ja also wirklich in so feinem sand dass der das da das da sogar voll ist im bodengrund entsteht ja das ist kein problem ja gut voll ist wenn richtig großflächig voll ist es ist dann sterben die wurzeln ab aber ansonsten solange der sand in ordnung ist solange da nur leicht reduktive prozesse stattfinden ja das darf ruhig leicht grau werden ja das geht ja schon fast richtung vollen ist aber es darf nicht schwarz werden solange es nur grau bleibt ist das überhaupt kein problem schade dass den wurzeln überhaupt nicht im gegenteil ja diese reduktiven prozesse schließen die depot nährstoffe auf die pflanzen können sogar besonders gut wachsen da da stirbt nix ab das ist das ist ein märchen frage wie kann wie lange kann ich gewaschenen sand im becken lassen ohne wasser mit eisenoxid pulver bevor ich das bepflanze ich brauche so circa eine woche bis ich das mit den pflanzen geregelt bekomme egal selbst wenn er wieder austrocknet das macht nix das macht überhaupt nichts mein klar ist es leichter wenn du in etwas feucht hältst na dann nimmt er also brauchen sich es nicht wieder langsam mit wasser voll zu sorgen es entstehen nicht gleich so viele pläschen aber wie gesagt letztendlich ist es ist es egal fördert nicht vulkan granulat und verschiedene größen die durchströmung des bodens warum soll der boden durchströmt werden mal ganz im ernst also die in der natur wird der boden auch nicht durchströmt der boden macht sein sein job indem er indem er eben dafür sorgt dass es eben zu reduktiven zonen kommt eben aufgrund von sauerstoffarmut eben aufgrund dessen dass er eben nicht durchflutet wird also das ist ja ganz der trick daran ja also diese reduktiven prozesse sorgen zum einen dafür dass pflanzen nährstoffe die also sich im bodengrund befinden dass sie aufgeschlossen werden also reduktiv für pflanzen besser verdaulich werden und unter anderem auch dafür dass also unter umstände denitrifikation stattfindet ja und das sind so diese hauptaufgaben vom vom bodengrund und dann ist also eine durchströmung völlig kontraproduktiv ja das wollen wir ja gar nicht noch mal zum thema bodengrund in einem neuen becken warum den neuen sand mit dem alten überdecken kann man alt und neu nicht auch miteinander vermischen das scheint mir effektiver oder nicht das hat einen grund warum ich das sage dass das oben drauf soll das hat einfach den grund dass der alte bodengrund komplett eingefahren ist ja das heißt also die filter wirkung des bodengrundes bleibt quasi obendrauf und komplett erhalten ja wenn du den mischt erreichst du eben dass du also sehr viel sehr viel neuen boden darin hast der also wie sich wieder erstmal einfahren muss und mit den damit verbundenen möglichen problemen ja ja und wenn du den halb den alten auf den neuen drauf legt dann kann sich der alte der neue bodengrund unter dem alten kann sich in ruhe entfalten kann sich in ruhe entwickeln die mikrofauna kann sich da fantastisch neu bilden und neu generieren und damit hast du die wenigsten probleme mit dem becken also wie gesagt das durchmischen ist zwar alles wunderbar aber du erreichst eben dass du eben viel zu viel frisches material direkt an der wasserkante hast an der wasserfläche ja und damit halt dann auch quasi einfach probleme ja ganz stimm normal einfach probleme bekommst also besser ist es nur den eingefahrenen sand oben drauf zu legen also den eingefahrenen bodengrund und zwar sogar möglichst mit mulm drin ja also mit dem mulm und den segmenten sedimenten die sich da drin befinden ich habe bei mir auch nur basalt weil ich einen natürlichen dunklen dunklen bodengrund gesucht hatte ja aber ich habe den fehler gemacht und habe basalt einkehr sand genommen ja einkehr sand hat hat eine körnung zwischen 0 und 2 mm oder 2,2 mm sogar und da ist jede menge schluft drin und dieser schluft hat die eigenschaft das wasser auf zu härten und und deswegen muss man den also auf jeden fall extrem gut vorher sauber machen sonst macht er nur ärger ich habe da nur probleme mit gehabt ja also dass das 60er hier hat von anfang an massivst probleme gemacht und hier an dem 80er dass das hatte ich ja vorher zu hause laufen da hatte ich auch den gleichen sand drin allerdings eine andere charge da scheint nicht ganz so viel schluft drin gewesen zu sein also das hat auch von anfang an massive probleme bereitet bis das mal richtig zum laufen kam das hat ein halbes jahr gedauert ja und das becken hier dass das 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 60er hier dass das macht ja auch selbst heute noch probleme also wie gesagt deswegen bin ich da im moment ein bisschen gespalten was basalt angeht mein neues aquarium werde ich kommende woche starten sollte ich unter im sand zusätze einbringen oder die pflanzen erst etwas wurzeln lassen bevor ich mit dünge tabletten und so weiter beginne also ich persönlich würde dir empfehlen immer ein grow power additive runter zu machen unter den sand zwar hauchdünn ja also wirklich nur ein hauch ja du kommst mit so einem kleinen beutelchen der reicht für für einen standard meter becken also ein 200 liter becken oder 160 liter becken reicht das beutelchen und gegen die größere verpackung die 150 gramm verpackung reicht für einen 2 meter 60 becken also 1,2 quadratmeter fläche ja den würde ich dir empfehlen darunter zu machen ja das ist kriegen die pflanzen also direkt direkt nährstoffe und der bodengrund wird auch aktiviert ja also das becken kommt schneller hingang damit oder in der bodengrund zumindest ja also das würde ich schon machen und dann man kann zusätzlich ein paar dünge kapseln mit reinbringen in die basic kapseln zum beispiel das könnte man auf jeden fall machen die kann man aber auch später eingeben aber wie gesagt vorher würde ich schon das grow power elitist mit reinpacken die farbe des bodens hat meines wissens nach nur eine aufwirkung auf manche fische wobei ich von dem glauben langsam abkomme beim bodengrund hat die zusammensetzung eine auswirkung wie gesagt problem ist natürlich also wenn man gefärbten bodengrund nimmt sollte man auf jeden fall ein fürs aquarium nehmen und nicht in deko bodengrund her es gibt ja auch zum basteln gibt es auch eingefärbten bodengrund und da wäre ich also ganz vorsichtig ja die sind also definitiv nicht für aquaristik ausgeschrieben und es wird davor auch immer gewarnt also bitte kein also wenn dann ausschließlich welchen der für die aquaristik auch explizit ausgewiesen ist weil sonst läuft man die gefahr dass sich da irgendwelche stoffe aus dem harzen raus lösen die möglicherweise nicht so ganz gesund für unsere fische sind also da wäre ich dann also ganz ganz vorsichtig ja und was farbe der fische angeht also wenn der bodengrund dunkel ist bedeutet das für den fisch der reflektiert nicht ja also der reflektiert nicht so helles licht und entsprechend also licht von unten mögen die wenigsten fische wirklich gut leiden ja und das bedeutet dass die wenn man die fische auf dunklem bodengrund hält dass die fische sich ein hauch wohler fühlen und häufig selber dann mehr farbe zeigen das ist das ist auch meine erfahrung ja wobei ich da also auch sagen muss dass seit ich die seit ich nur noch filterlos fahre da eigentlich keinen unterschied mehr festgestellt habe aber seitdem habe ich glaube ich auch keinen gefärbten bodengrund mehr verwendet